Sind Steuern einvernehmlich? Die meisten glauben, dass es so ist und die Mehrheit hat oftmals recht. Dennoch, hier ist eine Sichtweise, die dir vielleicht neu ist. Eventuell siehst du Steuern danach etwas anders. Wenn etwas dein Eigentum ist, dann hast du das Recht zu bestimmen, wie es verwendet wird und von wem. Du bist Eigentümer von allem, was du kaufst oder herstellst. Und auch dein Körper ist dein Eigentum. Wenn eine Person mit deinem Körper etwas machen will, braucht sie vorher deine Zustimmung. Das nennen wir dann Einvernehmlichkeit. Und wenn zwei Menschen Sex haben, sollte es keine Zweifel geben am beiderseitigen Einvernehmen. Wie sieht es beim Staat aus mit der Einvernehmlichkeit? Der Staat fordert dich auf, Steuern zu zahlen. Wenn du die Forderungen ignorierst, kommen Mahngebühren dazu. Ignorierst du auch die Mahnungen, kommen Staatsdiener vorbei. Wenn du nicht kooperierst, bringen sie dich weg mit unmittelbarem Zwang. Und wenn du es wagst, dich zu wehren, töten sie dich. Ohne diese Eskalation bis hin zur tödlichen Gewalt, könntest du den Staat getrost ignorieren. Der Staat zwingt dich also zur Zahlung durch Androhung von Gewalt. Aber vielleicht hat dieses System irgendwie indirekt deine Zustimmung. Schauen wir uns das mal an. Du hast zwar nicht direkt zu bestimmt, aber vielleicht stimmst du indirekt zu, wenn du staatliche Leistungen nutzt. Macht das Sinn? Stell dir vor, du wirst von Ganoven entführt und in eine Truhe gesperrt. Jeden Tag geben sie dir eine Schüssel mit Suppe. Solltest du die Suppe essen, willigst du damit ein zu deiner Gefangenschaft? Ob du die Suppe isst oder nicht, die Ganoven lassen dich so oder so nicht heraus. Dein Wille ist völlig irrelevant. Also kann es auch keine Einwilligung sein, wenn du die Suppe isst. Das Gleiche gilt auch für dich als Steuerzahler. Nur weil du staatliche Leistungen nutzt, ist das keine indirekte Einwilligung zur Besteuerung. Denn der Staat besteuert dich so oder so. Eine andere Art der indirekten Zustimmung wäre vielleicht, wenn das Land dem Staat gehört. Denn wer Eigentümer von etwas ist, der kann die Regeln dafür festlegen. Wenn das Land dem Staat gehört und du bleibst darauf, dann gibst du damit möglicherweise den Regeln deine indirekte Einwilligung. Der Staat tut so, als ob ihm das Land gehört. Aber in den meisten Fällen hat er es anderen genommen. Oder er hat einfach verkündet, er wäre Eigentümer bestimmter Gebiete. Eine Privatperson kann sich so nicht etwas rechtmäßig aneignen. Und es ist nicht klar, warum für den Staat etwas anderes gelten sollte. Scheinbar braucht der Staat die Androhung von Gewalt, um Steuern einzutreiben. Du hast ihm aber nicht eingewilligt. Es ist ohne dein direktes Einvernehmen und ohne dein indirektes Einvernehmen. Denn dein Wille spielt bei den Auflagen keine Rolle. Du nimmst Leistungen an, wohlwissend, dass der Staat dich so oder so besteuern wird. Und dem Staat gehört das Land nicht wirklich, also sind seine Regeln dafür nicht legitim. Die Einvernehmlichkeit von Besteuerung ist bestenfalls ungeklärt. Beim Sex nehmen wir es mit der Einvernehmlichkeit sehr genau. Es gibt alles Mögliche, was die Einvernehmlichkeit von Sex infrage stellt. Da Besteuerung nicht möglich ist, ohne die Eskalation, bis hin zur tödlichen Gewalt, sollten wir ein noch strengeres Maß anlegen, um die Einvernehmlichkeit davon zu bestimmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017